Herzlich Willkommen! Ich freue mich aber heute mit Ihnen, mich zu unterhalten über Europa und vor allen Dingen Ihre Sicht auf Europa und was sich denn da entwickeln und verändern muss. Mein Wunsch an die EU ist, dass wir endlich wieder als eine Gemeinschaft zusammenarbeiten. Dass es mehr Offenheit gibt, mehr Möglichkeiten, mehr Zusammenhalt. Dass das Thema Klimaschutz und Umweltschutz sehr, sehr viel mehr vertieft wird. Ich finde, wir sind gerade in ganz, ganz spannenden Zeiten. Sie erleben das auch. Es geht jetzt hier auch darum, in Deutschland Weichen zu stellen, aber darüber hinaus auch. Ziemlich viele Herausforderungen und deswegen finde ich das total spannend. Das, was ihr heute gestaltet, wird in 10, 15 Jahren dann Realität hoffentlich werden. Das zu hören, das mitzunehmen. Deswegen ist das eine tolle Aktion. Ich freue mich total. Es ist wichtig, einen EU-Projekttag an allen Schulen zu haben, weil es viel um Austausch geht. Es geht viel um vielleicht fremde Sachen kennenlernen, um sie nicht mehr fremd zu machen. Und gerade weil es einfach ein riesiger Punkt auch in der Bildung sein sollte, das Thema EU, finde ich, dass es an jeder Schule vertreten sein sollte. Ich fand es sehr interessant, Herr Blamrecht persönlich zu erleben. Und sehr interessant nochmal zu hören, dass meine Meinung tatsächlich auch von Politikern vertreten wird. Die Zukunft der EU sind wir. Die Zukunft der EU Die Zukunft der EU Die Zukunft der EU Die Zukunft der EU Die Zukunft der EU